Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na dann, jetzt ja mal Zeit, wann das mal wieder was kommt, oder? Jetzt gucken wir uns das mal an. So, mein Schatz, eins, zwei, drei, welchen Stapel nehmen wir? Ah, der Mietplan. Okay, also du musst gucken, dass du selber aus dem Stillstand rauskommst, du hockst mittendrin, ja, sag ich dir gleich. Ich sehe es hier aber schon auch, mit Hilfe von zwei weiblichen Personen, dass du bei dir was verändern kannst. Und dann gehst du mir hier auch definitiv wieder in Richtung Liebesbeziehung, Partnerschaft und so weiter. Aber du hast dich schon auch selber ein bisschen isoliert, mein Engel. Ja, ja. Das ist schon bewusst von dir hervorgerufen worden. Ja, 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 das war doch eine Verkränkung, eine große. Ja, und das ist aber definitiv, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ja, wenn du diese Hilfe von diesen beiden Frauen annimmst, die dich auch ein bisschen in die Puschen bringen. Ja, die mich mitnehmen zum Rausgehen. Ja, ganz genau. Du hast mich verstanden, ja. So, jetzt ziehen wir um die Häuser, gehen wir Melanzen trinken. Ja, gehen wir tanzen, ja, ja. Richtig. Ja, gehen wir tanzen, ja, ja. Dann wirst du definitiv auch wieder Kontakt finden und du wirst merken, dass man nicht alle über einen Kamm scheren kann. Ja, das war eben die letzten zehn Jahre da, ja. Ja, genau, richtig. Und jetzt gehst du langsam wieder, das ist ja das, was ich hier habe. Und dann wirst du sehen, wirst du im Frühling auch jemand kennenlernen. Das ist auch eine schicksalshafte Begegnung, die du dir auch wünschst. Und dann wirst du definitiv dir auch wirklich wieder, wirst dich öffnen. Erst wird das Ganze über eine väterliche Freundschaft anfangen und dann wird sich auch mehr draus entwickeln. Ja? Danke. Schaut gut aus. Gut. Tschüssi, Baba. Ja, danke, tschüss.